Yajjus. Yajjus heißt Opferspruch. Zum Beispiel bei Yajjus hast du Yajjus, Opfersprüche. Yajjus, Opfer oder auch Ritual. Yajjus, auch rituelle Sprüche, auch heilige Mantras, die allerdings in Prosa verfasst sind. Yajjus sind auch letztlich Zitate aus dem Yajjurveda. Es gibt ja vier Veden. Das sind also Ritveda, Yajjurveda, Samaveda und Ataravaveda. Manchmal werden auch nur Ritveda, Yajjurveda und Samaveda als die drei Veden bezeichnet. Gut, und die Mantras im Yajjurveda werden auch als Yajjus bezeichnet. Yajjus, also Opfersprüche, und Yajjus, auch wichtige Mantras aus dem Yajjurveda. Mehr Informationen über Yajjurveda und über Veda und die Veden auf www.yoga-vidya.de Dort kannst du eingeben Yajjurveda oder einfach Veda oder Veden. Und so bekommst du viele weitere Informationen über Veda und die Veden.